Moin zusammen, wir gehen jetzt mit dem 9,2-fach nach Edgefield. Ich muss mich an diese schnellen Ladezeiten erst mal gewöhnen. Just a vent photo. Okay, Perfect Game ist nicht mehr drin, ne? Okay, wir bereiten kurz vor und dann geht's rein da. Dann sagt Paps in der Hand. Seid ihr bereit? Okay, dann 3, 2, 1, rein da. Ah, läuft geradeaus durch zur Garage. Hier an der Seite, hier kann man sich immer gut verstecken. So, kurzes Liegen, ne? Die ist schnell. Die ist verdammt schnell. Reitschuh? Jetzt läuft er in den Keller. Ja. Ist ein Raichu. Sie ist unten langsam gewesen im Keller, hier oben, hier bei uns schnell und oben langsam gewesen. So. Okay, ich bring da mal was hoch. Wir müssen mal gucken, wo sie hier oben herkommt. Soll ich dir ein Kruzi vor die Treppe legen? Wir müssen nachher ein Kruzi da nach oben packen, wenn wir den Raum gefunden haben. Okay, danke. Ich überlege gerade. Lauf, 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 lauf! Das EMF ist jetzt da oben, deshalb bist du da oben jetzt auf schnell. Jetzt ist so ein Salz gelatscht. Hier ist auch noch ein Salz, das heißt, wir hören es, wenn es hier reinkommt. Ich glaube, die kommt nicht von oben. Ich höre sie aber immer die Treppe hier runterlaufen. Und sie war jetzt gerade eben auch schnell, als sie gestartet hat, weil ich habe hier oben das EMF liegen lassen, also kann sie nur von mir kommen. Hier liegt uns das ganze Zeug rum, also. Okay, müssen wir gleich mal hingehen. Wo ist sie? Wir müssen ein Haus finden, wo sie ist. jetzt soll ich die schon mal parat legen. Ich kann es nicht genau hören, wo sie herkommt. Jetzt läuft sie in den Keller. Jetzt ist sie wieder langsam. Kommt sie vielleicht aus dem Keller? Nein, sie kommt von oben, weil die haben doch das Audio verändert. Sie ist hier oben in dem einen Schlafzimmer. Ja, ich packe das Kruzi mal dahin. Sit, sit. Lauft! Ich sehe den Kruzi ausgewichen. Da, jetzt kommt sie die Treppe runter. Hier ist noch ein Salz. Das heißt, wir hören uns. Wenn sie langsamer wird, dann kommt sie hier rein. Das Foto wird nur schwer. Ich versuche mal das Kruzi da oben reinzukriegen irgendwie. Ja, was war das nochmal für ein Geist? Ein Raichu. Okay. So. Ob ich das Kruzi? Ja, weil sie jetzt die ganze Zeit handelt, wird sie nicht richtig galt. Kruzi wurde benutzt. Das ist eindeutig der Raum. Sie hat gerade einen Breakout gemacht oder? Kruzi! Danke, Geist! Vielen Dank, lieber Geist! Das weiß ich sehr zu schätzen von dir. Und alles hat gezählt. Danke! Lieber Raichu. Danke, du bist ein süßer Raichu. Wow, die geht jetzt hier richtig ab. Welche Tür war das? Wie hier? Ah, lieber nicht. Ich würde es nicht versauen. Okay, Kruzi ist hinüber. Jetzt müssen wir Susi nur noch mit dem Smudge abwehren. Ja, wir müssen nachher auch noch hier unten ein paar Salzfotos machen. Dann wird gern noch ein zweites Matsch zum Abwehren. Wo liegt der denn? In der Garage. Warte! Ja, ich will sie nur nicht hier abwehren, damit sie nicht gleich zu euch da rein rennt. Ich kann versuchen, das Salz beim Hand zu benutzen. Also, ich habe zwei Smudgeys, ne? Salz, Smudge, ja. Okay, ich bin bereit für den Geist. Da oben ist das Licht an. Schön. Komm schon, Geist! Du warst doch so lieb die ganze Zeit. Also, falls ich drauf gehen sollte, es fehlen noch drei Fotos. Da könnt ihr einfach das Salz hier draußen dann fotografieren, wenn sie da durchgerannt ist. Alles klar. Ah, die liegen wieder falsch rum. Wir sollen doch den Geist anschauen, dass ich ihn sehen kann. So. Okay, Geist. Komm her! Hallo! Komm nicht hier rein! Komm nicht hier rein! Komm nicht hier rein! Komm nicht hier rein! Ich glaube, sie ist fertig, ne? Okay, sie ist fertig! Jetzt die Kamera. Cool. Fotos sind fertig! Wir können! Ja! Cool, und ich habe nur einen Smudgee gebraucht. Nice! Yay! Speedrun! Haben wir den Knochen? Ich glaube nicht. Ich habe sie gesmudgeht. Sucht ihn mal schnell. Ich suche oben. Sucht ihr unten. Der blöde Knochen, der wird uns jetzt alle umbringen. Komm schon! Okay. Lass mich raus hier! Lass mich raus! Tschüss! Meine Güte! Was für ein lieber Geist! Die hat so lieb ein Event gemacht, dass ich sie schön fotografieren konnte. Richtig schön! Ja, das ist sehr nett von ihr. Ja, die war echt lieb. Also ich habe ihn drin, wir können ruhig fahren. Das war ja mal ein richtig schöner Speedrun gewesen mit dem Geist. Der war jetzt richtig cool. Ein braver lieber Raichu! Wow! Ich weiß nicht, warum sind wir hier besser? Ey, das ist echt komisch. Warum sind wir im 9,2-fach besser? Das ist echt merkwürdig. Wir haben hier einfach bessere Geister, glaube ich. Ja, ich glaube, die Geister denken, ach, die spielen schon so was Schwieriges. Dann sind wir mal lieb und machen auch Events und so was. Also das war echt cool gewesen. So. Hier sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!